Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Tutorial auf meinem Channel. Heute zeige ich euch, wie ihr deutsche Sirenen einfügt. Dafür braucht ihr natürlich erstmal deutsche Sirenen. Hier auf dem Discord beim Roleplay-Fubert habe ich. Da ist ein Link, den könnt ihr einmal runterladen. Das dauert dann groß, weil das 1926 B ist. Jetzt müssen wir die ganzen Hälften sehen. Dann einfach öffnen. Ne, nicht mehr. Sorry. Dann habt ihr auch hier ein Downloads. Und dann einfach eine weitere Seite. Und dann findet ihr da, wie eure GTA gespüchelt hat. Mit zwei RPG-Games mit VRV und einem 64-Podium. Dann ist ihr X. Und dann fügt ihr einfach das Resident-App-App. Geht ihr einfach da rein. Und gleichzeitig das Spiel ersetzen. Da auch schließen. Dann geht ihr auf FM. Oder GTR, je nachdem was du spielst. Oder IT-Play-Para geht's ja auch. Dann collectet man einfach auf dem Server. Ja. Und dann. Ja. Du rufst mal ein Auto aus dem Role. Einfach ansteigen Na und ich am Warte, ihr habt euch gefehlt Wenn euch das gefallen hat Ja, dass es euch gefallen hat Abonniere mich für jetzt Und tschau